Grüezi und Hallo bei Swiss Laundry V4000. Ich habe, wie man sieht, noch einen Posten roter Wäsche zu waschen. Es ist ein T-Shirt, ein Bademantel, noch eine Hose, noch ein T-Shirt, Farbauffangtücher, der Gürtel und noch ein Hoodie-Jäckchen. Ups, das zweite auch noch rein. So, ich wasche das auf meinem Lieblingsprogramm für diese Sachen, auf Jeans, da es immer schön viel Wasser rein gibt, bei 40 Grad, mittelverschmutzt, Wasser plus plus 1 Spülen, 1,58, das passt so. Und natürlich Waschmittel, nehme ich das Persil Color Megaperls. Die Maschine ist nicht ganz voll, dann nehmen wir so 50 Milliliter. So. Von den schönen pinken Perlen. Waschmittel, äh, geht´s mit sprechen. Weichspüler nehme ich auch noch ein bisschen. So. Reicht. Dann die Klappe zu. Und statt. Ja, 1 Stunde 58 geht das Programm. Das spült intensiv bei Jeans. Nicht ganz so intensiv wie bei äh, schwarzer Wäsche. Da ist die Spülzeit noch viel länger. Und ehrlich gesagt, es ist mir fast ein bisschen zu lang. Darum nehme ich so gerne das Jeans. Es lässt genau gleich viel Wasser rein, wie ähm, wie das äh, schwarze äh, Programm. So. Dann wollen wir euch noch hier positionieren. So. So. Ja. Ich würde sagen, das passt. Dann wünsche ich mal viel Spaß beim Zusehen. Dann wünsche ich mal viel Spaß beim Zusehen. Dann wünsche ich mal viel Spaß beim Zusehen. Schon was Schönes. Aber immer vertappt. So 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute, Das war's für heute. 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 Das war's für heute, Das war's für heute. 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 Das war's für heute, Das war's für heute. 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 Das war's für heute, Das war's für heute. 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 das war's. Das war's für heute. 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 das war's. Das war's für heute. das war's. das war's für heute. das war's. 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 das war's.